Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montags-Witz. Bei einem Freund wurde gestern die Glasknochenkrankheit diagnostiziert. Um ihn etwas aufzuheitern, sind wir richtig am Heben gegangen. Die ganze Nacht volle Kanne. Unnötig zu erwähnen, dass er am nächsten Tag etwas zerbrechlich war. Das war der Montags-Witz zur Einstimmung auf den Wishbone-Day, der am 6. Mai gefeiert wird. Feiert mit uns allen mit. Und habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, lachen macht lustig.